Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary MetaTrop mit einem neuen Let's Play zu Herr der Ringe Online. Heute spielen wir das Update 40 weiter unter Umba im Untergrund und mal schauen was hier passiert. Gut, ich werde während des ganzen Let's Plays aber leise sein, ihr könnt heute viel lesen. Demnächst möchte ich auch wieder mehr moderieren, es gab schon einige die danach gefragt haben. Wenn ihr das möchtet schreibt es unter das Video, wenn ihr das nicht möchtet dann aber auch. Ich muss einfach wissen ob ihr mehr Moderation haben wollt, ob ich hier mehr erzählen soll. Bis später im Video. Schwer nicht, wenn es denn sein muss. Was wollt ihr? Schwer nicht, ein bisschen. Schwer nicht, es ist gut. Das war's für heute. Seid gegrüßt. Was? Was? Ich bin zur Schlacht bereit. Schreck! Nachdem Rotog nun Beweise für ihren Verrat hat, ruft er Zalvira Dämmerungsstern zum Verhören. . Ah! Oh! Websites! Zaktę zmi�as! Zad require profesor! A Indjawiskite! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schön, dass ihr da seid. Ich habe einige Probleme, bei denen ihr mir hoffentlich helfen könnt. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich werde euch das gleiche wie allen anderen sagen. Ich bin kein Betrüger. Ist dann jetzt alles in Ordnung? Ich denke oft über das Leid nach, was diese Stadt weiterhin plagt. Ich bin kein Betrüger. 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 koncepter. Ich bin kein Betrüger. Ausgezeichnet. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Ich weiß zwar nicht worum es geht aber ich werde langsam misstrauisch. Wie schön dass ihr da seid. Überlasst mich meinem Koma. Alle sind eingeladen? Dann kann es wohl losgehen. Da alle Familienmitglieder zusammengekommen sind, können wir jetzt beginnen. Gedenken wir also nun der Mannschaft der Iskanta. Habt Dank für eure Hilfe. Kommt! 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 Danke für euer aller Erscheinen. Die furchtlose Mannschaft der Iskanta wird weiterleben. In uns und in den Erinnerungen aller, die sie kannten. Dieses Denkmal soll alle an ihr großmütiges Opfer erinnern. Es war nichts Edles daran. Es war Mord. Nichts weiter. Und es war meine Schuld. Ich bitte nicht um eure Vergebung. Und verdiene sie auch nicht. Ich... Ich bitte um, Herr Schro真的是! Ich würde ganz gut nicht tun! Jetzt im Nachançon geschmeckt! erhebt euch mein gemahl klagt nicht dass ihr nicht mit ihnen gestorben seit ich brauche euch diese stadt braucht euch die schlange azagat wird es noch bereuen dass er belon dort von flotten feste nicht getötet hat ja mein herz ihr habt recht wie immer ja ja das war für heute update 40 jetzt sind wir unter umbau unterwegs und ich hoffe ihr schaltet hier wieder ein beim nächsten mal wenn es euch gefallen hat dann lasst mir doch ein like abo und follow und subscriben daumen hohen plus oder was auch immer da und dann macht's mal gut bis dann und